Was hast du denn? Das war ein Lifehack. Was für ein? Schau. Jetzt bringen wir ein bisschen Farbe ins Spiel. Oh nein. Ja. Oh nein. Ich weiß es ganz genau, Alter. Ich habe nämlich nur schwarze Farbe hier. Haben die das mit Öl gemacht? Ich will nicht so viel. Nee, schon viel. Scheiße. Nicht den Lack. Da unten drin. Das sieht mir aus wie Wandfarbe. Wir nehmen Wandfarbe. Lack nehmen wir auf gar keinen Fall. Das fühlt sich richtig falsch an. Nein, mein Ehering. Oh nein. Ich muss das mal hinterher abnehmen sollen. Ist dir das genug? Stopp. Tu a*****. Ja, wir sollten am besten zu einem Waschbecken gehen. Das wäre gut, ja. Aber noch nicht jetzt. Es ist schon fast trocken. Ich reiße euch so die Köpfe ab. Obwohl, es reibt sich ab. Ich weiß jetzt nicht was besser. Aber deswegen nehme ich jetzt noch mal Seife. Also Seife funktioniert viel, viel, viel besser. Dann machen wir es einfach noch mal mit Lack. Nein. Seife hat besser funktioniert. War das Lack? Schreibt es mir in die Kommentare. Ciao.